Das Übel ist in der Philosophie ein Begriff, der alles bezeichnet, was dem Guten entgegengesetzt ist. Es ist vom Bösen zu unterscheiden, mit dem es häufig verwechselt wird. Übel ist der allgemeinere Begriff, der das Böse umfasst. Alles Böse gehört zum Übel, aber nicht jedes Übel gehört zum Bösen. Begriffsgeschichte Das Wort kommt bereits im Althochdeutschen als Ubel vor. Die Etymologie ist unsicher. Anscheinend bezeichnete der Begriff ursprünglich etwas, was über das als natürlich und gut empfundene Maße hinausgeht. Eine Übertreibung, welche die natürliche Ordnung stört. Gemeint waren ursprünglich und auch später im Alt- und Mittelhochdeutschen am häufigsten Handlungen, die gegen die angenommene sittliche Weltordnung verstoßen und daher Übeltaten sind. Thematisiert wurde die Bedeutung des Begriffs Übel vor allem, weil er im Vaterunser vorkommt, wo die Formulierung der lateinischen Bibel libera enosa malo mit Erlöse uns von dem Übel übersetzt wurde. Schon im Althochdeutschen wurde Ubel als Übersetzung des lateinischen Wortes malum verwendet, das ebenso wie das altgriechische Karkon sowohl allgemein Übel als auch speziell Böses bezeichnet. So übersetzte Martin Luther, er lose uns von dem Übel, er bemerkt dazu in seiner Auslegung Deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien unter Übel sei zu verstehen Unfriede, Teuerung, Krieg, Pestilenz, Plagen wie auch Hölle und Fegfeuer und alle peinlichen Übel an Leib und Seel. Der Begriff Malung bzw. Übel wurde nicht auf das moralisch Böse eingeengt, sondern auch für Naturkatastrophen und Krankheiten verwendet. In der heutigen ökumenischen Fassung hingegen lautet die Übersetzung Erlöse uns von dem Bösen. Eine bemerkenswerte Analyse der Auseinandersetzung um die Frage des Übels und zugleich eine Antwort auf das Theodizee-Problem findet sich bei Lactanz, einem der Kirchenväter. Gott kann alles was er will und Schwäche und Missgunst ist nicht in ihm. Er kann also die Übel wegnehmen, aber er will es nicht und doch ist er darum nicht missgünstig. Er nimmt sie aus dem Grunde nicht hinweg, weil er, wie bemerkt, dem Menschen zugleich die Weisheit verliehen hat, und weil mehr Gutes und Annehmliches in der Weisheit liegt als Beschwerlichkeit in den Übeln. Denn die Weisheit bewirkt, dass wir Gott erkennen und vermöge diese Erkenntnis die Unsterblichkeit erlangen und darin besteht das höchste Gut. Wenn wir also nicht vorher das Übel erkennen, so vermögen wir auch nicht das Gut zu erkennen. Aber das hat sich weder Epikur noch ein anderer klar gemacht, dass mit der Aufhebung der Übel zugleich die Weisheit hinweggenommen würde, und dass keine Spur von Tugend mehr im Menschen bliebe, denn das Wesen der Tugend liegt im Ertragen und Überwinden der Bitterkeit des Übels. Gottfried Wilhelm Leibniz unterscheidet zwischen metaphysischem, physischem und moralischem Übel. Das metaphysische Übel bestehe in der unvermeidlichen Unvollkommenheit alles geschaffen, das notwendigerweise hinter der Vollkommenheit des Schöpfers zurückbleiben müsse. Als physisches Übel bezeichnet er das Leid als moralisches Übel die Sünde oder Schuld. Immanuel Kant betont, dass die lateinische Sprache nur den Begriff mal umkennt, während die deutsche Begriff licht zwischen dem Übel und dem Bösen differenziert. Das Böse ist für Kant vom menschlichen Willen abhängig. Es ist das Ergebnis einer sittlichen Entscheidung und daher aus philosophischer Sicht ethisch relevant. Als Übel hingegen wird etwas dann bezeichnet, wenn es einen Zustand der Unannehmlichkeit oder des Schmerzes hervorruft. Dies ist aus Kants Sicht an und für sich philosophisch nicht relevant. Hegel hingegen definiert das Übel als Unangemessenheit des Seins zum Sollen. Diese Definition zielt im Unterschied zu derjenigen Kant nicht auf eine Abgrenzung des Übels vom Bösen. In der philosophischen und der theologischen Diskussion über das Übel wird seit der Antike insbesondere die Frage erörtert, ob das Übel nur eine Abwesenheit des Guten ist, wie vor allem der spätantike Kirchenvater Augustinus meinte, oder ob ihm bzw. dem Bösen ontologisch eine eigenständige Existenz zukommt, siehe auch, mal um Physikum.